Hallöchen liebe Freunde der Hero-Turtles. Wir sind zurück bei einer neuen Episode. Goabonga in Act 66666. Ich habe das schon mal aufgenommen, aber irgendwie war die Aufnahme nichts und deswegen müssen wir uns nochmal durchkämpfen. Das Bild hat irgendwie geruckelt und es war eh eine Nullnummer. Ach Mann, ich hüpfe doch. Von daher ist es eigentlich ganz egal. Okay, wir werden beschossen und irgendjemand hat hier Minen mitten auf dem Wasser gelegt. Ja, ja, das ist böse. Das macht man ja eigentlich nicht. Aber irgendjemand will nicht, dass wir vorankommen. Ob es Westerwelle ist oder die Merkel oder... Weiß ich nicht. Bill Clinton vielleicht. Wer weiß das schon so genau. Ja, ich fange gerne mit Raphael an. Ich weiß auch nicht, warum. Die findet immer noch dieses... Und so ein Spagat viel Kohler. So. Auch wenn ich das mit dem Sliden irgendwie nicht so richtig drauf habe. Also ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich weiß auch nicht. Das ist ein bisschen schade, dass ich das mit dem... Ich weiß nicht, mit dem Controller will ich das einfach nicht hinkriegen. Ich habe keine Ahnung warum. Aber die sind auch so doof, oder? Na laufen sie nach links weiter anstelle, dass sie mich... Anstelle, dass sie zu mir zurückkommen und mich vermöbeln wollen. Aber das macht nichts, denn wir werden von irgendeinem Drachenwesen oder so beschossen. Ja. Ein Gegnermangel ist in diesem Spiel nicht. Boah. Boah. So. What the... Boah. Boah. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au. Der hat uns voll wieder runter geholt. Autsch. Mein Gott. What? Ja, 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 ja. Oh wow, 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 wow. Wow. Wieso habe ich jetzt gehüpft? Jetzt sollte ich. Äh, ja. Ducken. Ein Pizzaman. Ja. Dass wir von den Feinden direkt mit Pizzas versorgt werden, das finde ich sehr freundlich und sehr nett. Was ist das? Ist das echt ein Fließband hier? Das würde Scheinsthese bestätigen, dass in fast jedem Kultklassikerspielchen ein Fließband auftaucht. Oh oh, der kommt mir irgendwie bekannt vor. What the fucky. Boah. Jetzt hat er uns runter geholt. Hey, 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 Junge. Ja, immer mit der Ruhe. Wir können nicht über ihn drüber hüpfen, was ich nicht gut finde. Boah, meine Nase juckt auch noch. Okay, er schießt immer. Dreimal. Ah, und dann können wir ihn nicht mehr treffen. Ich weiß, dass es, der mich verflucht. Okay, dreimal. Rechtzeitig. So, vielleicht. Ja, das ist gut. Das ist gut, das muss ich mir merken. Okay. So, ist die Entfernung gut? Ich habe keine Ahnung. Das wird ein spannendes Match, war das. Oh nein! Ja gut, er hat uns wenigstens nicht erwischt. Ah, Mist. Ach, Kacke. Naja. Ist nicht anzunehmen, dass wir den jetzt hier auch auf Anhieb fertig machen. So, nein, Mist. Ach, Kacke. Wie habe ich das vorhin gemacht? So. Und er kommt näher. Das müssen wir ausnutzen, dass er da näher kommt. Jetzt haben wir es. Freunde! Wir haben es. Ich werde auch versuchen... Na, jetzt kommt er nicht näher, der Sack. Ich werde auch versuchen, nicht mehr gar so oft zu fluchen. Jetzt kommt er näher. Das müssen wir ausnutzen mit dem Näherkommen. Das macht er nur beim zweiten Angriff. Also, jetzt kommt er nicht näher. Da ist es wohl besser. Wir bleiben von ihm weg. Ja. Hoffe ich, dass das so ist. Jetzt sollte er näherkommen. Gut. Na, komm noch ein bisschen, Kumpel. Yeah. Wir holen auf. Wäre der Wahnsinn, wenn wir... ...vielleicht sogar noch schaffen würden. Ich konzentriere mich. Ich gebe mein Bestes. Das können die mir glauben. Okay. Also, die Boss-Fights, die haben... Ach, Mist. Jetzt hat es nicht geklappt. Aber ruhig. Mein Herz, Leute. Mein Herz. Bleib in deiner Ecke. Kumpel. So. Mein Herz. Ja, komm nur, komm nur immer näher. Komm nur immer näher. Nein! Verdammte Scheiße. Okay. Zwei Stunden später. Steffi hängt immer noch am Boss. Und jetzt juckt meine Nase und ich kann sie nicht kratzen. Wunderbare Sache. Ja, komm näher. Komm du nur näher. Ja, komm ruhig. Ganz nah. Du Scheißkerl! Ja, jetzt... Na ja. Irgendwas mache ich gerade falsch. Ich weiß nicht was. Wir werden es herausfinden. Ja, ja. Na ja. So. Und damit wären wir wieder im Rennen. Ja, mit unserem einen Pünktchen, das wir hier noch haben. Na ja. Wir kämpfen. Na ja, komm du nur ganz nah, Kumpel. So. Wir holen auf. Und mein Herz rast. Mein Herz rast. Er darf uns nicht mehr erwischen. Er wird uns noch erwischen, oder? Ja, jetzt sieht es für ihn aber auch nicht mehr so bombig aus, ja? Für Mr. M.G. Man. Äh, ja. Okay. Jetzt können wir aufschließen. Okay. Ja, shit! Shit! Okay, ruhig Blut, ruhig Blut. Habe ich die Uhr gestellt? Ich weiß es nicht. Ruhig Blut. Ganz cool bleiben. Nein! Na, jetzt hat er uns doch noch drangekriegt. Verdammte Kacke. Ja! Mist. Okay, wir probieren das gleich nochmal. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Hier kommt die epische Kampfeinleitung. Puh. Ich habe Angst. Ja, jetzt machen wir ein bisschen schneller, ja? Ja. Kontonu, Junge. Ich habe jetzt ein Konzept gegen dich. Zur Hand. Autsch. Ja, so wird das wenig nützen. Mann. Konzentration, Konzentration. Raphael hat sich gut gewehrt. Wie wirst du dich schlagen? So. Eins zu eins. Mein Freund. Wozu hat der eigentlich so einen Hut auf? So einen Helm, meine ich. Ja. Der kugelt sich doch eh nur rum. Okay. Nein. Ach. Kack. Er geht in Führung. Die Sau geht in Führung. Aber mir wäre es echt lieber, er würde jedes Mal vorkommen, das würde diesen Kampf abkürzen. Mann, war das vorhin. Ach, kack. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, schau. Oh. Okay, Konzentration jetzt. Wir haben eh nicht mehr viel Zeit. Ich hänge ja schon ewig rum bei diesem Tüppi. Wow. Das ist mir ein bisschen zu nah, ja, Meister. Er ist eh immer noch in Führung, was mir nicht passt. Okay. So. Komm ja. Komm ruhig näher. Aber nicht so nah, ja? Obwohl, ja, okay. Wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben diesmal gute Chancen. Oh nein, der Wecker klingelt. Leute, wir müssen mitten im Kampf unterbrechen. Das tut mir sehr leid, aber müssen wir. Ich sage, bleibt dabei und ich mache eine kurze Pause und esse eine Pizza und dann geht's weiter. Adiamos. Das ist toll, was wir jeunes. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.